Ziemlich styliger Wasserhahn. Dachte ich, das muss ich auch mal filmen. Sieht aus halt wie so ein Brunnen. Ziemlich cool gemacht. Ich hatte mal eine Wasserschale, wie man das sieht. Das ist doch cool, oder? Können wir natürlich aufdrehen noch ein bisschen. Man könnte auch rein die Warme und Kalt einstellen, aber hier gibt es leider kein Warm. Ich finde ihn stylisch. Ich habe was. So was brauche ich für zu Hause. Okay.